Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Circles Brettspiel durchgespielt heute die Quacksalber von Quedlinburg immerhin Kennerspiel des Jahres aus dem Hause Schmidtspiele von Wolfgang Was ist in der Box? Ja einiges ist in der Box also wir befinden uns auf dem großen Bazar von Quedlinburg wer kennt nicht Quedlinburg jeder kennt es denke ich und da sind wir eben einer dieser alten kleinen Hexenmeister die hier rum brödeln in ihrem Kessel das ist so ein riesen Kessel in dem man so wunderbar rummort jeder Spieler hat einen solchen Kessel das sehen wir da schon einen Sack aus dem man was rauszieht hier einen Tropfen der zweite Tropfen wird nur für eine bestimmte Variante benutzt ein 50 Prozent Marker hier eine einen Zaubertrank diesen hier und das ist ein Punkte Marker den legt man einfach hier hin und zieht die Punkte weiter das ist was quasi alle hier haben hierzu komme ich gleich in den Regeln dann haben wir noch ein Startbrett und einen gelben Tropfen der hier einfach markiert in welcher Runde wir befinden bis zu neun Runden spielt man dann gibt es Bücher diese Bücher haben wir unten ungefähr Lesezeichen 1 2 3 oder 3 oder 4 Lesezeichen und je nachdem spielt man immer mit einem Set wobei ganz wichtig dabei ist von dem hier von dem schwarzen und von dem Kürbis gibt es nur einen von allen anderen gibt es dann eben bis zu vier wobei die halt rückseitig bedruckt sind und somit zwei Pappteile sind dann gibt es noch Aktionskarten Lilane sind Einmaleffekte die sofort stattfinden blaue halten für die ganze Runde und dann noch Zutaten die man in den Beutel rein tut einer Zutaten Chips mit einem drauf und dazu zählen auch die mit zwei drauf und mit vier drauf und wir haben dann hier noch die sogenannten Rubine und den Event Würfel ich erzähle euch jetzt ganz kurz direkt hinten dran ohne es aufzubauen wie es abgeht man geht hier weiter in dieser Sache und es werden umso mehr dieser Bücher freigeschaltet am Anfang hat man davon fünf und zwei weitere kommen rein also in Runde 2 das Gelbe und dann das Rosane oder Lilane was man hat man hat jede Menge von diesen sogenannten Knallerbsen in seinem Sack und einige dieser die werden in der Regel nachher mehr weil man die kauft und nun macht man folgendes als erstes trägt man eine Aktionskarte um die gilt für alle gleich und ist auch für alle gleich stark es gibt also keinen Startspieler Marker dann ziehen alle gleichzeitig diese Sachen hier aus ihrem Säckchen das ist ein Backbuilding Spiel man zieht also was raus hat man hier zum Beispiel eine zwei legt man das von seinem letzten den man angelegt hat in diesem Fall den Wassertropfen eins zwei entfernt zieht man jetzt danach den zieht man eine eins zieht man danach wieder den zieht man eine eins zieht man danach eine eins zwei drei vier geht man vier kommt jetzt wieder eine Knallerbse und so weiter das macht man so lange bis man aufhören will wichtig ist hier unten steht übrigens drauf welche Startdinger man drin hat man eine Dreier Knallerbse zwei Zweier Knallerbsen vier einer und noch einen grünen und einen orange man sieht schon man fängt mit relativ viel Knallerbsen an das macht man so lange bis man aufhören will denn wenn man mehr als sieben Knallerbsen drin hat auch hier unten abgebildet zusammen den Wert von sieben Knallerbsen dann explodiert der Trank und man hat gar nichts geschafft ansonsten schafft man es maximal sieben oder genau sieben zu haben super dann wird nämlich derjenige der am weitesten auf diesem Rondell vorgekommen ist hier zum Beispiel der darf erst einmal würfeln würfeln ist immer gut weil es gibt entweder Siegpunkte oder zum Beispiel Rubine oder sonstiges man kann auch diesen Wassertropfen irgendwann mal weiter schieben dann startet man einfach hier es gibt so leichten Ketchup Mechanismus mit den Schwänzen wenn einer hier jetzt zum Beispiel neuen Siegpunkte hat und der andere hat noch vier dann seht ihr hier zwischen zwei Rattenschwänze eins zwei dann kriegt nämlich der dahinter ist vielleicht der blaue Spieler hier einfach von vornherein zwei Rattenschwänze und fängt von hier aus an ja es gibt einige dieser Zutaten die haben sofort Effekte zum Beispiel hier der blaue ganz nett mit diesem darf man einfach zusätzlich noch mal Chips aus dem Beutel ziehen mit einem 1er 1 mit einem 2er 2 mit einem 4 auf 4 und darf dann einen davon anlegen muss man aber nicht zieht man also seine 3er Knallerbse legt man sie nicht an wie die Wertung geht steht hier auch der der am weitesten ist kriegt den Würfel dann werden die Endrundendinger ausgewertet dann kriegt man Rubine Siegpunkte das steht alles hier Siegpunkte hier manchmal ist auch so ein Rubin Zeichen hier hat man also hier seinen letzten Chip dann kriegt man einen Rubin einen Siegpunkt und kann für neun einkaufen gehen und einkaufen macht man ganz einfach man guckt hier drauf in diesem Fall kostet zum Beispiel der 1er Chip 4 Punkte der 2er Chip 8 Punkte und da hier bis zu sieben dieser Plättchen liegen kann man also alle möglichen Sachen da kaufen natürlich keine Knallerbsen das wäre ja blöd und dann geht man in Runde 2, 3, 4, 5 und so weiter wer am Ende die meisten Siegpunkte hat gewinnt das Duell bei die Quacksalber von Quedlinburg aus dem Hause Schmidt Spiel und wird halt eben der beste Quacksalber kurze Erklärung und morgen geht es dann los morgen spielen wir bis dahin alles Gute Euer Nils Tschüss